Früher heute Vergleich, Haare, Style, Make-up, wie sich, Herzogin, Meghan verändert hat. Früher durfte es nicht sexy genug sein, heute muss sich Herzogin Meghan an die royale Etikette halten, kein leichtes Unterfangen, dem sich die ehemalige Suddarstellerin durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry ausgesetzt hat. Wie sie sich im Detail verändert hat. Stylebook macht den Check. Als Schauspielerin sorgte Meghan früher in der Anwaltsserie Suits fashion-technisch für echte Hingucker, ihre Serienfigur Rachel Zane bevorzugte sexy Kostüme und mega High Heels. Und auch nach Drehschluss setzte die Darstellerin gern auf viel Haut und hohe Hacken, immer sexy elegant. Elegant ist auch das Stichwort für Meggans Look als Neu-Royale. Aber passend dazu gilt jetzt das Credo, Zurückhaltung. Dennoch, ganz kann es die Blitzlicht gewöhnte Amerikanerin nicht lassen, und deutlich öfter als andere Rolls wählt sie ein Detail oder einen ganzen Look. Der eigentlich nicht der Etikette entspricht, ein bisschen zu gewagt, keine Strumpfhose, dunkler Nagellack. Herzogin Mergens Herstyle Früher trug die Schauspielerin ihre Haare in der Regel gern offen und zeigte ihre Löwenminne, wild, verwegen, ungestüm. Als Frau an Prinz Harrys Seite ist sie nun meist mit geschlossenen Haaren zu sehen. Dutt oder Knoten lassen jedes Outfit geliegen und Erwachsene wirken. Wenn Megan als Herzogin die Haare offen trägt, dann nur in gepflegten, sanften Wellen. Herzogin Meggans Make-up Auch in Sachen Make-up musste sich Megan umstellen, früher gerne Smoky Eyes und Lippenstift in Knallfarben, heute dezent und farblich zurückhaltend. Wie das den gesamten Look verändern kann, zeigt dieser Fotozusammenschnitt. Herzogin Meggans Outfits Viel Dekolleté und viel Bein Zu Süds Zeiten liebte es Megan Makele, ihre Vorzüge perfekt zur Geltung zu bringen. Rauszustichen aus der Hollywood-Masse Dafür wurden alle Register gezogen. Ganz anders ihr Look als Herzogin, vor allem bei öffentlichen Auftritten wird Outfit-mäßig kaum etwas dem Zufall überlassen. Kontrolliert und seriös wirkt die Bald-Mama in ihren Looks, oft kombiniert mit der passenden Kopfbedeckung. Meggans Gesamt-Auftreten Als sexy Wimp spielte Megan früher verführerisch mit ihren Reizen, der Blick lasziv, das Lachen offen und ansteckend. Ihre öffentlichen Auftritte als Herzogin haben mit den Red Carpet-Ausflügen von einst nur noch wenig gemein, die Herzogin wirkt freundlich und zugewandt, aber dennoch komplett kontrolliert. Allerdings könnte es durchaus sein, dass sie hinter verschlossenen Schlosstüren durchaus ein anderes Temperament zeigt, immer wieder berichten Medien von genervten Angestellten, Die Mergans Wünschen nicht gerecht werden können und das Handtuch schmeißen. Die Mergans Wünschen nicht gerecht werden können und das Handtuch schmeißen. Die Mergans Wünschen nicht gerecht werden können und das Handtuch schmeißen.